Moins und hausenbäumler, Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Fortnite Video auf meinem Kanal und ich wollte euch sowieso noch was sagen, weil ich habe es damals ziemlich gut, glaube ich, gemacht. Nämlich ich habe das verdeckt und zwar habe ich schon seit langem und ich finde es relativ scheiße, dass der Skin halt heute wieder im Shop ist, aber ich habe es mir damals, wo der Skytrooper im Shop war, habe ich mir schon die Abtrünnige geholt. Ich habe die damals schon so heftig gefeiert. Ich war damals auch noch so dumm und habe mir davon nicht den Skytrooper geholt, sondern diese Frau und ja, das wollte ich euch gerade einfach nur sagen, dass ich euch heftig geprankt habe, weil ich die halt schon vor lange hatte und ich das halt hier die ganze Zeit verdeckt hatte. Dann waren diese beiden Skins hier ja noch gar nicht da, wo ich die Spind-Dings gemacht habe und ich glaube, da war die Abtrünnige sogar noch hinter der Peitschenhieb und dann konnte ich das dann so easy verdecken und nice, dass es auf jeden Fall damals keiner gemerkt hat und ja, schaut auf jeden Fall noch beim Spiel 13 vorbei und bei Luga. Ciao. 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 Ciao.